Okay, also Thema für heute ist Netzwerksimulation mit LTSpice in meiner Funktion als Senior Circuit Simulation Expert an der Autofon-Gerick-Universität in Magdeburg. Freue ich mich, diesen Workshop hier zu gestalten zu können. So, ich habe am Anfang eine kleine Umfrage vorbereitet mit zwei Personen. Ja, wir können die jetzt per QR-Code und per Dings machen. Wir können auch einfach natürlich was laut in den Raum reinrufen. Also die Umfrage ist, glaube ich, so mit Zahlen, also in einer Skala von 1, 0, 2 bis 5, 2 bis 5, so in dem Dreh, okay. Das ist ja zumindest schon mal irgendwie so ein Einstieg. Also ich habe, ich klicke da jetzt trotzdem mal drauf, weil ich das ja schon irgendwie offen hatte. Also ich würde natürlich selber mehr als 10 anklicken, deutlich mehr als 10, aber okay, das geht ja schon mal trotzdem in die richtige Richtung. So, okay, als Überblick, ich würde mit einer ganz kleinen Motivation anfangen, dann so eine Einführung geben, so ein bisschen wie funktioniert das. Und dann eigentlich an ein paar Beispielen versuchen, uns langzuhangeln, so wie man das jetzt vielleicht auch in Grundlagen Elektrotechnik machen würde. Also in diesem Semester machen wir ja so Gleichstromtechnik. Das heißt, wir fangen mal mit einer sehr einfachen Schaltung an, berechnen so einen Gleichspannungsarbeitspunkt, also wirklich so Gleichstromtechnik. Dann kommen wir zu dem, was man eigentlich im zweiten Semester machen würde, komplexe Wechselstromrechnung. Das funktioniert dann so ähnlich, bloß ganz anders, also irgendwie mit komplexen Zahlen. Ja, funktioniert aber in der T-Spice auch ziemlich gut und einfach. Und dann kann man zu dem kommen, was wir ganz am Ende von Grundlagen Elektrotechnik zweimal machen, nämlich Ausgleichsvorgänge, Transiente Berechnung. Also Schaltungen wirklich im Zeitbereich simulieren, sowas wie Ausgleichsvorgänge, Aufladevorgänge, Entladevorgänge. So, und wenn man das gemacht hat, dann kann man zu dem kommen, wofür LTSpice wirklich, wirklich gut ist und was man auch nicht mehr einfach von Hand rechnen kann. Also wo man am Ende wirklich Computertools braucht, um das zu können, nämlich Schaltungen mit nichtlinaren Bauelementen zu berechnen. Dann wird es nämlich wirklich sehr schnell, sehr kompliziert. Da muss man auch im Zeitbereich simulieren, das geht dann im Frequenzbereich nicht mehr so richtig gut. Und wie gesagt, dann wird es von Hand irgendwie sehr schwierig und sehr aufwendig, das zu machen. So, am Ende gibt es eine kleine Zusammenfassung. Also, als Motivation habe ich so eine kleine Schaltung mitgebracht. Erkennt jemand, was das ist, was diese Schaltung macht? Genau, das ist ein Gleichrichter. Ja, also hier vorne ist eine Wechselspannungsquelle und wenn die jetzt, das ist ja immer hier das Schöne, wenn man hier irgendwie Zoom hat, dann kann man ja immer problemlos über die Folien hier drüben malen. Also mache ich mal mein Zeichentiblet an und gehe mal hier in diesen Kommentieren-Modus. Also, wenn wir einen positiven Strom haben, ein Strom, der in dieser Richtung ist, warum ist Farbe braun? Das ist nicht schön. In der Richtung durch den Lastwiderstand, ja, fließt, also fließt hier oben natürlich irgendwie so hin, fließt hier unten zurück und fließt dann durch diese Diode und diesen Pfad zurück zur Quelle. So, und wenn die Spannung da vorne jetzt negativ ist, negativen Strom mache ich mal in blau, ja, also wenn der Strom in diese Richtung fließt, dann kann der Strom hier lang fließen, fließt dann durch diese Diode durch, fließt hier oben auch in die Richtung, fließt durch den Widerstand auch in die gleiche Richtung, fließt hier unten in diese gleiche Richtung zurück und fließt dann über diese Diode und praktisch diesen Pfad hier zurück zur Quelle. Also, bei der Quelle hier, bei der AC-Quelle fließt Strom in beide Richtungen, Wechselstrom und durch unseren Lastwiderstand hier fließt der Strom nur in eine Richtung, Gleichstrom. Also, diese Rückenschaltung mit den vier Dioden ist ein Gleichrichter, macht Auswechselstrom, Gleichstrom, Auswechselspannung, Gleichspannung. So, und jetzt pulsiert natürlich diese Gleichspannung hier an den Widerstand und um die jetzt so ein bisschen zu glätten, kann man zum Beispiel so einen Kondensator da hinten reinbauen, der eben so puffert. Also, der wird dann immer aufgeladen und wenn die Spannung ein bisschen zu niedrig ist von der Quelle, dann entlädt er sich und glättet das so ein bisschen. Und so eine typische Frage, zum Beispiel, wenn man so eine Schaltung baut und auslegt, ist, was passiert mit dieser Gleichspannung hier am Ende, wenn man die Kapazität verändert? Oder wie groß muss ich diese Kapazität bauen, damit meine Spannung irgendwie diese und jene Welligkeit hat, damit die nicht zu stark schwankt? So, und wenn man das jetzt von Hand ausrechnen wollen würde, da ist man auf jeden Fall schon eine ganze Weile beschäftigt, das zu tun. Ja, wenn man das jetzt per Computer macht, geht das relativ einfach. So, ich speichere das hier mal kurz ab und mache mal diese ganzen Skizzen hier alle wieder weg und wechsle mal rüber in meinen Dateiordner. Hier habe ich nämlich genau diese Schaltung schon da und öffne die mal mit LTSpice. Ja, und stehen auch so ein paar Kommentare drin, warum überhaupt Simulationen? Naja, weil man schnell komplexe Schaltungen untersuchen kann und zum Beispiel schauen kann, was mit der Spannung hinten passiert in Abhängigkeit von dem Kondensator. So, und hier wird jetzt mal transient simuliert mit irgendwelchen Diodenmodellen und dann wird dieser Kondensator mit zwei Werten geändert, nämlich 1 Millifarad und 10 Millifarad. Und jetzt kann man auf Run klicken und jetzt sieht man hier unten so ganz schnell, hätte man jetzt gesehen, wie hier diese Simulation durchläuft und jetzt ist das Ergebnis im Prinzip schon da. Jetzt kann ich mir die Ausgangsspannung angucken und dann sehe ich eben einmal, für den kleinen Kondensator schwankt die relativ stark, irgendwie so zwischen 42 und 46 Volt. Und wenn ich den Kondensator größer mache, dann schwankt die eben viel weniger. Ja, und das ist wie gesagt, wenn ich das jetzt von Hand ausrechne, sehr, sehr, sehr schwierig, das in endlicher Zeit irgendwie mit guter Genauigkeit zu machen. Also das ist definitiv so ein Vorteil von Netzwerksimulation. Okay, so, dann zurück zum Vorhinsatz. Also eine kleine Einführung und zu diesem LT Spice, das kann man sich, da kann ich auch mal draufklicken, von dieser Webseite herunterladen. Das gehörte früher mal zu Linear Technology, da kommt das LT her. Und dieses Spice ist ganz spannend, ist im Prinzip, jetzt muss ich mal meine Kamera mir wieder hinterher fahren lassen. Also dieses Spice steht, ist im Prinzip so ein Backronym, so ein Akronym, so ein bisschen wie Laser, ja. Was heißt Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation und so steht dieses Spice, steht für Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis. Also irgendwie sowas, so ein Simulationsprogramm mit integrierter Spannungsverstärkung oder sowas, ja. So, und ist eigentlich ganz witzig, ich hatte da auch mal ein paar Folien zu drin, die habe ich ja mal wieder rausgelöscht, weil das vielleicht ein bisschen zu in die Tiefe ging. Also das war, wenn man so will, im Prinzip mal ein studentisches Projekt oder ein Lehrprojekt an einer Uni. Also ein Professor hat irgendwie gesagt, so in den 60 Jahren, oh geil, wir haben jetzt irgendwie so Computer, ja. Ja, was könnte man denn mit Computern tolles machen? Ja, man könnte Netzwerke berechnen, Entscheidungen simulieren. Ja, und hat sich dann in einem natürlich jetzt irgendwie nicht erst, zweitsemester Kurs, sondern mit einem Masterstudium hingesetzt und hat sich überlegt, okay, wie könnte man das machen, was für Netzwerkberechnungsverfahren kann man nehmen, wie kann man irgendwie ein Gleichungssystem pressen und wie kann man das Computer, dieses Problem vermitteln, sodass der Computer dann Schaltungen berechnet. Und das eben zu Zeiten, als man Computer mit Lochkarten gefüttert hat und die sehr teuer und sehr groß und sehr schwer waren, irgendwo groß rumgestanden haben und sowas. Also da kommt dieses Spice im Prinzip her und dann hat sich das immer weiterentwickelt und weiterentwickelt und mittlerweile gibt es sehr viele Varianten und Derivate davon und eine davon ist eben dieses LT-Spice, was Linear Technology mal herausgebracht hat. Und die Idee, warum wir es gemacht haben, ist natürlich jetzt nicht irgendwie Wohlwollen oder Friede, Freude, Eierkuchen oder so, sondern naja, die hatten schon irgendwie natürlich ein Unternehmensziel damit. Ja, wir haben gesagt hier, wir sind Hersteller von vielen Bauelementen und wir packen Modelle von diesen Bauelementen in Programmbibliotheken rein, in diesen Programmen und dann kann man sich eben diesen Netzwerksimulator kostenlos runterladen, kann damit Schaltungen simulieren mit unseren Bauelementmodellen und sagt dann, oh, das funktioniert in der Simulation so super, dann werde ich auch die Bauelemente bei LT-Spice oder bei Linear Technology kaufen, wenn ich das vorher mit LT-Spice simuliert habe. Und dann wurde Linear Technology mal eben irgendwann gekauft von Analog-Devices und jetzt hätte man das irgendwie umbenennen können in AD-Spice. Den Fehler hat man glücklicherweise nicht gemacht, sondern man hat das einfach bei dem Namen LT-Spice belassen und so findet man das hier auch immer noch auf der Seite. Ja, und dann kann man sich das hier bei Learn More und so irgendwie runterladen. Ja, also das ist so ein bisschen so der Historie zu dem Namen. Es gibt eine Windows-Version für Windows 10 und Neuer. Die ist ungefähr 60 MB groß. Es gibt auch eine macOS-Version. Unter Linux kann man das irgendwie nur so emulieren. Die macOS-Version war früher nicht so gut. Mittlerweile ist die, glaube ich, auch ganz okay. Und es ist eben Freeware. Also man kann das kostenlos benutzen. Es ist aber nicht quelloffen. Also man kann nicht reingucken, wie das funktioniert. Das ist jetzt für Uni-Anwendungen eigentlich so semi-gut. Ja, weil wenn ich damit jetzt irgendwas in der Forschung simuliere, würde ich ja schon ganz gern genau wissen, wie das funktioniert und was das da so im Hintergrund macht. Und das kann man eben nicht. Man kann nicht so richtig reingucken. Der Mensch und Typ, der das entwickelt, der Main-Tainer, ist Mike Engelhardt. Ich habe ihn leider nie persönlich getroffen. Er ist aber sehr präsent, gerade so auf den US-amerikanischen Konferenzen unterwegs. Sehr ikonisch, immer mit so einem Hut. Ja, und macht auch relativ viele Schulungen und Workshops so zu diesem Thema. L.T. Spice versucht, das Programm bekannt zu machen und die Leute zu bringen. Und die machen da auch ein bisschen so eine Nummer draus, eben aus diesem, also dass Spice natürlich auch gewürzt heißt auf Englisch. Ja, und dann gibt es so Cooking with Masterchef, Mike Engelhardt, Cooking with L.T. Spice, Workshops und sowas. Ja, das ist schon ganz witzig, was sie da so machen. Dann, wenn man dieses Programm benutzt, muss man natürlich bei den Bauelementen immer sagen, wie groß sind die? Und dann kann man eben Zahlen eintippen. Also wenn ich jetzt einen 1 Kilo Ohm Widerstand da reinbauen will, einen 1000 Ohm Widerstand, kann ich einfach 1000 schreiben. Wenn man Dezimalbrüche angeben will, muss man die zwingend mit einem Dezimalpunkt schreiben und nicht mit einem Komma, so wie das ja eigentlich in nahezu jeder mathematischen Software und jedem Programm aus dem US-amerikanischen Kontext üblich ist. Dann kann man auch diese wissenschaftliche Schreibweise benutzen, also 1E3 macht eben auch 10 hoch 3. Und man kann auch die SI-Präfixe als so Skalierungsfaktoren benutzen. Also 1K, 1 Kilo macht eben auch 1 Kilo Ohm. Und wenn man jetzt irgendwie 1,1 Kilo haben will, könnte man auch 1K1 schreiben. Das ist nicht so wissenschaftlich nicht so ganz korrekt, aber das ist auch nicht unüblich, das irgendwie so zu schreiben und in irgendwelchen Schaltbildern und so irgendwie mal wiederzufinden. Das ist hier gleich, also wenn ich schreiben will, ein Groß-M für ein Mega-Ohm ist das falsch. Ich muss ein Meg schreiben, weil das nämlich nicht case-sensitiv ist. Also ein Groß-M ist dann ein Min. Ja, das hat schon zu vielen Verwirrungen geführt, weil ich weiß, dass mal ein Student, auch ein Master-Student, irgendwie da ging es um so Energy-Harvesting von irgendwelchen, also über irgendwelche Antennen, die eben Felder auffangen und gleichrichten und irgendwie Energie rausholen. Dann hat er auch irgendwelche Schaltungen simuliert. Und das sollte natürlich alles irgendwie im Megahertz-Bereich funktionieren. Und hat dann bei der Frequenz eben irgendwie 30 M hingeschrieben. Ja, und dann hat LTSpice auch simuliert, aber eben bei 30 MHz. Und dann kamen natürlich jetzt nicht so die richtigen Ergebnisse dabei raus, wie man so erwartet hätte. Und also das ist genau so ein Problem, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. So, dann schreibt man eben auch keine Einheiten hin, was auch nicht so ganz korrekt ist, sondern eben nur diese Einheiten vorsetzen. Also, wenn ich ein F schreibe für einen Farad, zum Beispiel bei einem Kondensator, ist das falsch. Ich müsste einfach eine 1 schreiben. Also, wenn ich ein F schreibe, ist das ein Femto-Farad. Irgendwie 10 hoch minus, weiß nicht, 15 oder 12 oder was auch immer Femto ist. So, und es gibt ein paar ältere Spice-Versionen, die unterstützen dieses µ-Zeichen nicht. Da musste man einfach ein U schreiben für µ-Ko. Also, bei dem 9 jetzt kann man einfach das Alt-G-M schreiben. Man kann auch ein U einfach schreiben, der ändert das dann in so ein Mikro, in dieses Mikro-Symbol. So, und dann gibt es noch andere, nach getreu dem Spruch, andere Mütter haben auch schöne Töcher, gibt es noch ein paar Alternativen. Das, was in der Wirtschaft, so im freien Leben sehr verbreitet ist, ist dieses ORCAD. Und das dazugehörige P-Spice ist eben auch so ein Derivat, ist kommerziell, gab es früher auch solche Studenten-Versionen von, die man sich dann mit begrenztem Funktionsverfahren irgendwie runterladen konnte oder eben für relativ wenig Geld kaufen konnte. Da fand ich das auch noch irgendwie ganz nett. Mittlerweile ist das eben in so einer sehr großen Cadence PCB Solutions Suite aufgegangen. Also, eigentlich das, was dahinter steckt, ist ein Programm, mit dem man Leiterplatten designt. Und, naja, wenn man die designt, will man die ja vielleicht mal auch simulieren. Also, der Simulationsteil ist ein sehr kleiner Teil von einem riesengroßen Programm, was eigentlich für das Leiterplatten-Design da ist. Wenn man jetzt gar keine Leiterplatten designen will, sondern einfach nur Schaltungen simulieren will, dann, ja, ist das, also hat man da überbordend viel Zeug auf seinem Rechner, was man eigentlich nie braucht. Also, ja, kann ich so semi-empfehlen, ist aber in der, also in der Industrie, da, wo man dann am Ende wirklich Schaltungen designt, doch relativ weit verbreitet. Ja, so. Dann gibt es dieses Kunstzeug, das ist ganz interessant. Also, dieses TT, was da vorsteht, für was könnte das stehen? So, so wie bei uns in Magdeburg, genau. Theoretische Elektrotechnik, ja, das ist das Institut oder der Lehrstuhl für Theoretische Elektrotechnik an der, genau, an der, es ist wirklich Theoretische Elektrotechnik an der, an der, früher Technische Universität Hamburg-Harburg, jetzt einfach nur noch Technische Universität Hamburg, haben eine Arbeitsgruppe von Christian Schuster und die programmieren eigentlich oder geben ein Programm heraus, das eine, das war später irgendwann so ein Masterstudium, ja. So, und da kann ich zum Beispiel Antennen simulieren, wie strahlen Antennen ab oder wie koppeln Felder in Leitungen ein, sowas, also wirklich Strahlungsprobleme. So, und jetzt hat man ja aber auch eine Schaltung, also die Antenne wird von irgendeiner Schaltung gespeist. Ja, wo irgendwelche Anpassungsglieder drin sind oder sowas. Und jetzt kann man eben diese Schaltung in diesem CONSIRC simulieren, in einem Schaltungssimulator und das fällt im Konzept und kann das auch miteinander koppeln. Also man kann so hybride Simulationen machen. Und was dieses CONSIRC, also weil die Schaltungssimulation, nee, weil die Feldsimulation nur im Frequenzbereich funktioniert, funktioniert dieses CONSIRC auch nur im Frequenzbereich, ja. Also das ist wunderbar für das zweite Semester, komplexe Wechselstromrechnung. So richtig gut im Zeitbereich kann man damit nicht simulieren, man muss immer vor die Transformation hin und zurück machen. Also direkt im Zeitbereich simuliert das nicht. Was aber witzig ist, ist, dass man da eben, so wie man das in Grundlagen Elektrotechnik zweites Semester macht, ja, da gibt es komplexe Impedanzen, irgendwie 10 Ohm plus J 10 Ohm, 10 Ohm als Realteil, 10 Ohm als Imaginärteil dieser komplexen Zahl und das kann ich da direkt so eingeben, weil das eben so aus dem akademischen Umfeld kommt, wo man sagt, ich habe direkt so eine komplexe Impedanz und das geht zum Beispiel in der LTSpice nicht. Also da muss ich, das kriege ich auch hin, aber über Umwege, so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, ja, indem ich sage, okay, so, was kann man direkt eingeben, was sehr fancy ist. So, das dritte ist Easy-EDA, das habt ihr wahrscheinlich schon mal benutzt, richtig? Ja. Was ist da so der Vorteil? Genau, es läuft eben im Browser, ja, ich muss nichts runterladen, ich muss nichts installieren, es läuft im Browser und ich kann Sachen, die ich gemacht habe, sehr einfach teilen mit irgendjemand anders, per Link freigeben und es ist dann eben in der Cloud gespeichert, die Cloud ist immer der Computer von irgendjemand anders, ja, aber man kommt dann von überall, wo man eben ist, drauf, wenn man sein Login kennt und so weiter. Und früher haben die irgendeinen H-Spice im Hintergrund benutzt als Solver, mittlerweile, soweit ich weiß, benutzen die auch LTSpice. Also, wenn man da simuliert, der Editor, das Frontend, womit man die Schaltung baut, ist eben irgendwas anderes, aber das, was im Hintergrund läuft, ist dann auch LTSpice. So, und dann das Letzte, dieses Kux oder Kax, je nachdem, wie man das so ausspricht, ist auch ein sehr nettes Punkt, was in den letzten Jahren ein bisschen eingeschlafen ist und diese Abkürzung steht für Quiet Universal Circuit Simulator. also, so wie man das übersetzen würde, ein recht universelles Netzwerksimulationsprogramm und ist eben so ein akademisches Projekt und das ist so das, was ich meine, also das ist eben Freeware und auch Quelloffen und man kann da eben reingucken, wie das alles im Hintergrund funktioniert und was das so macht und was eigentlich vielleicht das Schönste und das Spannendste an dem Programm ist, es gibt ein sehr, sehr, sehr ausführliches Handbuch, das hat so ein paar hundert Seiten und da steht praktisch die ganze Theorie drin. Also, wenn man wissen will, wie so ein Netzwerksimulator im Hintergrund funktioniert, ist das ein wunderbares Buch, was man sich im Prinzip anschauen kann, um das zu verstehen und das im Zweifel nachzuprogrammieren und sowas. Ja, weil, also was ich zum Beispiel in meiner Diplomarbeitszeit und in meiner Forschung früher viel gemacht habe und im Prinzip immer noch mache, ist auch so Einkopplungen in Leitungen berechnen und Leitungsmodelle gibt es eben irgendwie, kann man nicht auch in LTSpice berechnen und jetzt ist aber immer die Frage, also schaffe ich das, mein Feldmodell irgendwie in LTSpice reinzubauen, ja, um dann das Problem, das Modell in LTSpice zu rechnen oder ist es nicht vielleicht einfacher, ich habe mein Feldmodell schon in MATLAB und jetzt baue ich mir einfach einen Netzwerksimulator in MATLAB nach mit der begrenzten Funktionalität, die ich so brauche und dann sind das auch gar nicht so wahnsinnig viele Programmzeilen und dann mache ich meine Netzwerksimulation praktisch mit meinem eigenen Spice einfach da, ja, so und also wenn man das machen will, ist zum Beispiel das KUX ein super Projekt, wo man da schön nachgucken kann, wie das so geht und wie das so funktioniert. So, dann schauen wir jetzt rein, wie funktioniert das und das eben anhand eines schönen, einfachen Beispiels, eines gut nachvollziehbaren Beispiels, weil wir nämlich ansonsten zum Problem jeder Simulation kommen, ja, das bekanntermaßen lautet Bullshit in, Bullshit out, ja, also man muss das Problem, was man hat, dem Computer richtig vermitteln, da macht er was, das stimmt auch in den allermeisten Fällen und da muss man das Ergebnis, was da rauskommt, wieder richtig interpretieren und meistens sitzt das Problem eben vorm Computer, so und wenn man, also wenn man dann eben an so Sachen scheitert, wie, okay, ich will im Megahertzbereich simulieren und simuliere aber mir im Millihertzbereich und merke das gar nicht so richtig, ja, weil mir das aufgrund irgendwelcher anderen Sachen nicht auffällt, dann ist es eben nicht ein Problem von LTSpice, sondern, so, ja, und deshalb ist es immer schlau, sich irgendwie Beispiele zu überlegen, die man relativ gut im Kopf oder eben mal irgendwie einfach so nachvollziehen kann. So, und dafür habe ich mir diese schöne, einfache, fantastische Schaltung ausprobiert, die wir auch irgendwie so schon in Grundlagen Elektrotechnik mit Sicherheit mal gesprochen haben, ja, wir haben eine Stromquelle und jetzt haben wir vier Widerstände und, ja, und, also, am Ende würden wir gerne wissen, eigentlich, wie groß der Strom ist, der durch jeden Widerstand fließt und wie groß die Spannung ist, die über jeden Widerstand abfällt. So, wie würde man das jetzt machen? So, mit seinem Grundlagen Elektrotechnik wissen? Genau, also wir könnten so eine Stromteilerregel machen, ja, und dann können wir zum Beispiel mit dem Stromteiler irgendwie hier diesen Strom und diesen Strom ausrechnen und wenn wir die beiden Ströme haben, dann kann man natürlich über das Umschulgesetz hier die Spannung weiter ausrechnen, aber Stromteilerregel, das sollte eigentlich irgendwie so funktionieren. So, jetzt, wo ist meine Mauszeiger hin? Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht wie macht LTSpice das? So, und das, was LTSpice im Hintergrund nutzt, ist Knotenspannungsanalyse. Ja, so. Und Schritt 1 der Knotenspannung und dann nummerieren wir die anderen Knoten einfach fortlaufend durch und nennen den meinetwegen hier oben Knoten 1, Knoten 2, Knoten 3. So. Dann kann man sich diese Knotenspannung denken und kann sagen, immer jeweils die Spannung von dem Knoten zu dem Bezugsknoten, das ist eine der Knotenspannungen. Also haben wir Spannung U1, U2, U3, U0. So. Und jetzt kann man das als Gleichungssystem aufschreiben. Ja. Und in dem Gleichungssystem stecken eben immer auf der Hauptdiagonale die Summe der Leitwerte an dem jeweiligen Knoten. Dann können wir ja mal irgendwie gucken, also an dem Knoten 1 ist der Widerstand der 1, R3 angeschlossen. Ja. Und deswegen steht hier G1, G3. Zweiten Eintrag steht G1 plus G2, weil am zweiten Knoten der Widerstand der 1 und der 2 angeschlossen ist. Und am letzten steht 3 und 4, weil eben an dem Knoten die Widerstände 3 und 4 angeschlossen sind. So, dann stehen auf den Nebendiagonalen immer die Koppelleitwerte negativ. Also in der ersten Zeile zweiten Spalte, zweite Zeile erste Spalte steht minus G1, weil eben zwischen diesen beiden Knoten der Widerstand der 1 ist. Und dann können wir gucken, zwischen 1 und 3 ist der Widerstand R3. Deswegen steht hier minus G3 und zwischen 2 und 3 ist nichts angeschlossen. Deswegen steht hier einfach eine 0. So, dann stehen hier diese Knotenspannungen, die wir ausrechnen wollen und hier steht, hier stehen die Quellen am Knoten. Es gibt ja nur diese eine Quelle und die fließt auf den Knoten 1 zu. Deswegen sieht das Gleichungssystem so aus und jetzt ja, also kann man sich überlegen, dass das auch nicht so wahnsinnig kompliziert ist, also gerade diese Regeln, die Besprochenen, das irgendwie in ein Programm zu packen. Also das Programm muss ja einfach nur wissen, wie sind, an welchen Knoten ist dann welcher Widerstand angeschlossen oder für jeden Widerstand muss das Programm wissen, welche beiden Knoten verbindet dieser Widerstand und dann kann das Programm eben gucken, welche Einträge ergeben sich daraus in dieser Matrix. Also als Werte habe ich jetzt mal irgendwie 10 Ohm 1 Ampere ergibt sich daraus 0,1 Siemens, dann kann man das eben einsetzen und durch Multiplikation von links mit der inversen Matrix ja dieses Gleichungssystem lösen und dann kommen da die unbekannten Knotenspannungen bei raus so und jetzt kann man irgendwie mal auf die Schaltung kurz zurückscrollern so also das soll 1 Ampere sein die Widerstände sollen alle 10 Ohm sein so wenn ich jetzt 1 Ampere hier drauf fließen habe und hier sind 10 Ohm und 10 Ohm und 10 Ohm und 10 Ohm wie teilen sich die 1 Ampere dann auf beide auf 0,5 so und jetzt habe ich immer 0,5 Ampere durch ein 10 Ohm Widerstand fließen was gibt es dann für einen Spannungsabfall USR mal I also 10 mal 0,5 macht 5 ja also über jedem Widerstand ich habe ein halbes Ampere natürlich ein halbes Ampere hier unten auch weil das ja eine Reinschaltung ist hier drüben auch ein halbes Ampere und habe über jedem Widerstand 5 Volt also diese Knotenspannung sollten 5 Volt sein die Knotenspannung sollten 5 Volt sein und die Knotenspannung hier sollte eben 5 Volt plus 5 Volt sollte 10 Volt sein und genau das kommt auch aus dem Gleichungssystem hier unten raus 10 Volt 5 Volt 5 Volt so und das ist so das was wo ich sagen würde das sowas würde ich mir erst mal im Kopf überlegen kann das passen was sollte da raus kommen passt das zu dem was ich was ich gemacht habe so und also das was LTSpice jetzt im Hintergrund macht ist im Prinzip das Netzwerk beschreiben durch solche Netzliste und in der Netzliste steht im Endeffekt drin jedes Bauelement an welchen Knoten ist dieses Bauelement angeschlossen und welchen Wert hat dieses Bauelement Ja also wir haben eine Stromquelle die verbindet den Knoten 0 und 1 hat 1 Ampere dann haben wir diese vier Widerstände die sind eben zwischen Knoten 1 und 2 angeschlossen zwischen 2 und 0 zwischen 1 und 3 und 3 und 0 haben jeweils 10 Ohm und wir wollen als Analyse dieses OP machen was heißt Operating Point wir wollen so ein Gleichstrom Gleichspannungs Arbeitspunkt betrachten und im Endeffekt also das was LTSpice macht ist es macht eine schöne grafische Oberfläche ich kann mir meine Schaltung zeichnen ja dann nummeriert das im Hintergrund im Prinzip wenn ich das dann verdrahte nummeriert es die Knoten durch und und weiß dann jeden Widerstand jedes Bauelement was ich gezeichnet habe zwischen diesen Knoten angeschlossen dann schreibt es daraus diese Netzliste und mit der Netzliste wird im Prinzip die Simulation gestartet und jetzt kann man sich eben vorstellen das Programm läuft einfach durch diese Netzliste durch und guckt hier steht ein I ist eine Stromquelle das I muss mir einen Eintrag hier erzeugen und zwar weil hier eine Eins steht das ist das wo der Strom drauf zufließt muss in der ersten Zeile diese Stromquelle auftauchen ziemlich einfache Regel dann guckt das eben bei den Widerständen okay hier steht eine Eins und eine Zwei deswegen taucht dieser Widerstand R1 deswegen taucht dieser Widerstand R1 beziehungsweise der Leitwert eben auf in der ersten Stelle in der Hauptdiagonale in der zweiten Stelle in der Hauptdiagonale und eben negativ zwischen Eins und Zwei erste Zeile zweite Spalte da kann man sich vorstellen da brauche ich so ein paar if Anweisungen und habe ich eigentlich aus dieser Netzliste schönes Programmierprojekt was man mal so in einem Vormittag irgendwie gut hinbekommt ja wenn man so ein bisschen Matlab oder Python oder was auch mal kann also mit so mit so einer Handvoll IF Anweisungen kriege ich aus dieser Netzliste diese Matrizen gefüllt und dann muss ich nur noch das Matrizen Gleichungssystem lösen umstellen das ist im Prinzip dann das was passiert so und das können wir jetzt mal machen in LTSpice und genau ihr habt das habt ihr das jetzt schon offen installiert genau ja so also ich zeige und mache das jetzt auch mal mach nochmal das Simulationsbeispiel zu und dann kann man hier oben auf neue Schaltung klicken dann verschwindet dieses Hintergrundbild und das Bildchen wird eben rein grau und dann kann man anfangen das zu zeichnen also hier oben findet man die Widerstände jetzt ist es schlau die einfach genau in der Reihenfolge zu klicken wie sie auch nummeriert sind also R1 ein bisschen darunter R2 R3 und R4 man kann die Beschriftung natürlich auch noch im Nachgang ändern aber so spart man sich schon mal diesen Aufwand und dann braucht man als nächstes noch eine Stromquelle die findet man unter Component hier bei diesem Feldchen und dann heißt die Stromquelle eben auf Englisch Current und jetzt stellt man fest die zeigt nach unten das ist ein bisschen blöd die soll ja nach oben zeigen also muss ich die irgendwie drehen das geht mit Steuerung R oder Control R das steht auch wenn man jetzt in das in die linke untere Ecke guckt dann stehen da so ein paar Hinweise Type Control R to Rotate und Control E to Mirror also mit Steuerung R kann man die drehen so mit Escape kommt man immer wieder aus diesem Modus raus dann bräuchte man als nächstes natürlich mal hier so ein verdrahten Tool um diese Bauelemente aneinander zu tackern so und da ist die Stromquelle ich zeichne mal ganz gerne erstmal die äußere Masche und wenn das ordentlich miteinander verbunden ist dann verschwinden auch diese Anschluss Pads und wenn ich jetzt das hier miteinander verbinde dann entsteht da auch so ein Lötpunkt ganz automatisch und hier unten auch so also Schaltung ist schon mal da jetzt bräuchten im nächsten Schritt die Bauelemente natürlich Werte dazu klickt man mit der anderen Maustaste drauf und kann ihnen jetzt einen Wert geben und jetzt stelle ich bei Resistance einfach überall 10 Ohm ein weil die ja 10 Ohm groß sein sollten und machen wir ja auch 10 Ohm 10 Ohm 10 Ohm so und bei der Stromquelle klicke ich auch drauf und jetzt ist auch das was man hier direkt einstellt eben der Gleichstromwert DC-Value stelle ich auf 1 Ampere so wie in dem Beispiel so hat das bei euch auch so weit funktioniert okay den letzten Schritt hier also auch andere Maustaste auf die Stromquelle drauf oder auf die Bauelemente also hier muss man so ein bisschen gucken wenn ich auf das Bauelement klicke dann kann ich den Wert ändern wenn ich auf diese Beschriftung klicke dann kann ich die Beschriftung ändern also hier könnte ich den jetzt auch umbenennen oder sowas so und jetzt habe ich das glaube ich ein bisschen alles in Ordnung so also wenn man jetzt wieder in die linke untere Ecke schaut ich muss mal kurz gucken ich muss mal in meinem Zoom diesen grünen Rahmen kurz weg machen Audio Einstellungen dann komme ich auch glaube ich in die Bildschirmfreigabe Einstellungen und dann bei erweitert kann ich den grünen Rand weg machen genau so also wenn man jetzt in diese Ecke hier unten schaut dann zeigt LTSpice dort die automatische Knotennummerierung an und da steht das ist Knoten 001 bei dem steht hier das ist Knoten 2 und das hier ist Knoten 003 also der hat die jetzt durch Zufall genau so nummeriert wie das vorher in meinem in meinem händischen Beispiel war ja ist das bei euch auch so zufälligerweise so erschienen bei dir nicht genau also wenn man das in einer anderen Reihenfolge macht dann kommt da natürlich irgendwie was anderes bei raus so und jetzt kann man also wenn man die jetzt zum Beispiel um das exakt so zu vergleichen kann man die auch händisch nummerieren oder im Prinzip benennen das geht hier oben mit diesem Label und also da kann ich auch einen Namen eingeben zum Beispiel sowas wie Eingang Ausgang von der Schaltung oder Last oder Mitte oder was auch immer ich kann der Name kann auch einfach eine Zahl sein also ich kann hier oben jetzt eine 1 dranbauen ich kann hier eine 2 dranbauen hier eine 3 dranbauen die 1 ändere ich jetzt hier in eine 2 und die 1 auch in eine 3 und wenn ich jetzt wieder hier unten draufgehe dann steht eben wieder in dieser Ecke hier geschaut steht da das ist Knoten 1 das ist Knoten 2 das ist Knoten 3 jetzt sind die eben ganz ganz fest benannt jetzt habe ich diese automatische Durchnummerierung von AT Spice praktisch überschrieben so dann gibt es noch eine ganz nützliche Taste auf der Tastatur nämlich Space mit Space kann man immer egal wie ich jetzt irgendwie rein und raus gesumt habe oder wo ich bin wenn ich Space drücke komme ich wieder in solche Home-Ansicht die die Schaltung möglichst gut auf dem Bildschirm darstellt so jetzt könnte man eigentlich denken wir haben alles also wir haben die Bauelemente wir haben die Quelle genau also wir müssen ihm noch sagen wo ist der Bezugsgrund wenn man jetzt mal auf simulieren klickt das geht mit diesem kleinen Männchen ja und dann sagt was wollen wir hier überhaupt simulieren wir wollen das letzte hier machen ein DC Operating Point ein Gleichspannungs Arbeitspunkt hier taucht jetzt wieder dieses OP auf ja dann kommt eine Fehlermeldung die sagt jüdüdüm das geht nicht diese Schaltung da fehlt eine leitende Verbindung zur Masse wir sollen bitte einen Knoten als Masseknoten kennzeichnen und das ist letztendlich genau der Bezugsknoten für die Knotenspannungsanalyse der jetzt fehlt so und diesen Masseknoten den findet man hier oben Ground und den kann ich jetzt hier unten einfach ranbauen ich also ja man könnte jetzt hier direkt draufklicken ich klicke hier mal hier vorne hin ja so also und jetzt kann man auch gucken wieder in diese Ecke hier unten wenn ich da drauf gehe dann steht da This is Ground das ist jetzt der Bezugsknoten alle Spannungen die wir ausrechnen alle Knotenspannungen beziehen sich eben genau auf diesen Knoten funktioniert oh interessant du hast ein Mac oder was ja ok spannend spannend aber sonst sieht die Mac Oberfläche so ziemlich so aus wie die Windows Oberfläche ne ganz schlimmer ja also das ist auch so meine Erfahrung dass das dass die Mac OS Version nicht so ok also da kommt dieses dieses Fältchen da was wir vorher gesehen haben kommt gar nicht so wenn man jetzt auf das Männchen wieder drauf klickt dann simuliert er eben so jetzt kriegen wir ein Ergebnis raus also nämlich hier oben die Knuttspannung ja und die sind eben wie vorher schon gesagt 10 Volt 5 Volt 5 Volt genau wie in dem ähm ich kann ja nochmal in den Foliensatz zurückgehen wie in dem vorher berechneten Beispiel 10 Volt 5 Volt 5 Volt so dann ähm ähm gibt LTSpice auch nochmal den Strom durch die durch die Stromquelle aus 1 Ampere so wie man das äh also letztendlich genauso wie wir es natürlich vorgegeben haben und 0,5 Ampere als Strom durch jeden der vier Widerstände so und das Schöne ist jetzt dass man eben sagen würde naja gut also das haben wir jetzt vorher von Hand ausgerechnet wir haben ungefähr verstanden wie das mit Knotenspannungsanalyse funktioniert jetzt hat uns LTSpice eben genau das gleiche ausgerechnet das wird schon wird hoffentlich schon passen das wird schon stimmen wird schon wird schon funktionieren was wir jetzt hier ähm schönes gemacht haben an der Stelle so bevor wir jetzt weitergehen würde ich das mal einmal abspeichern und ich ähm speichere das mal ich hab hier natürlich schon mal das hier irgendwie gespeichert ähm ähm ich speichere das mal hier unter unter Test ab oder sowas so und klicke mal nochmal auf simulieren einfach dass er das nochmal durchlaufen lässt und gehe jetzt mal wieder in dieses Verzeichnis rein das habe ich ja hier von schon offen gehabt jetzt sollte natürlich hier unten irgendwo hier ist das gerade von heute mit heutigen Datum gespeicherte Test ja das ist diese Datei wo ähm diese ASC Datei ist wo letztendlich diese Skizze hier drin ist das also das Schöne ist ja das ist am Ende ist das eine Textdatei ja also ich kann die auch hier einfach in einem in einem Editor aufmachen ähm und dann stehen hier im Prinzip Koordinaten von irgendwelchen Drähten und Widerständen und so drin ähm also das ist aus meiner Sicht eigentlich ganz nett weil ich diese Datei auch einfach in ein in einer Versionskontrolle in einem Gitte oder so speichern könnte ja und noch relativ klar sehe was ich da mal drin erinnert habe so dann gibt es eine Logdatei da steht eben so ein Log drin also ähm ja was ja hier als Temperatur im Hintergrund annimmt wir haben jetzt keine Temperaturabhängigkeit zum Widerständ drin aber zum Beispiel was ja ganz interessant steht hier steht eben Matrix Size 3 ja also das Gleichungssystem ist ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten so wie auch in dem Beispiel ja da kann man mal irgendwie so checken ob das passt und ja so viel Speicherplatz braucht er jetzt um diese Matrix zu speichern so und was eigentlich äh am interessantesten ist und sehr nett ist diese net-Datei weil da ist diese Netzliste drin und da sieht man obwohl ich das jetzt von Hand gerechnet äh von Hand gezeichnet habe ne hat der im Hintergrund eben diese Netzliste gespeichert hat der jetzt mit dem Widerständen angefangen und da steht genau das drin also der Widerstand R1 ist zwischen dem Knoten 1 und 2 angeschlossen hat 10 Ohm und so weiter die Quelle I1 ist zwischen Knoten 0 und 1 angeschlossen hat den Wert 1 Ampere und macht damit bitte eine OP-Simulation und ich weiß nicht was Beck-Anno macht müsste man jetzt mal einer Hilfe nachgucken und das ist Ende der Datei ne genau und da stehen alle Daten drin die er braucht also der Rest ist ja nur ne was wir jetzt hier gemacht haben ist ja praktisch nur Show Schaltung könnte ja auch ein bisschen anders aussehen aber also hier steckt die Topologie der Schaltung drin ja was ist mit wem verbunden genau und also man kann diese Netzlisten natürlich auch einfach so schreiben und das ist auch das was ich oder was Leute machen also MATLAB-Programm schreiben was Netzlisten erzeugt und dann eben die Netzlisten mit LTSpice simulieren und dann kommt ein Ergebnis raus und das Ergebnis wieder in MATLAB einlesen ja und dann eben auch zum Beispiel auf die Art und Weise solche hybriden Simulationen machen Feldsimulationen und Netzwerksimulationen und das ist aus meiner Sicht eben ein riesen riesen Vorteil ja dass ich diese Netzlisten eben auch händisch ähm oder irgendwie automatisiert semi-automatisiert erzeugen kann naja ähm also jetzt müsste man ähm gucken wie das wie das also auch schon eine Weile her dass ich das gemacht habe ähm guck mal es gibt so Command Line Switches in der Hilfe und also du würdest jetzt ähm ähm 80 Spice aufrufen und würdest eben sagen ähm hier sowas ähm ähm ne warte mal das ist Batch Conversion of a Schematic to a Netlist ähm start simulation es gab so ein so ein ähm Schalter wo man gesagt hat hier nimm diese Netzliste ähm und simulier die einfach durch ja also ich glaube genau hier mit dem mit dem mit diesem Batch Mode ähm kannst du direkt also hier hier heißt das jetzt Zirg Datei aber das ist praktisch diese Netzliste ja und ähm was hilfreich ist um das in Wattlab wieder einzulesen ist dieses ASCII Format weil sonst speichert der wenn man jetzt in diese äh RAW Datei hier reinschaut also weil natürlich wenn ich jetzt größere Probleme simuliere auch gerade im Zeitbereich da schon nicht wenig Daten entstehen speichert die ja in irgendeinem Binär Format um ein bisschen Platz zu sparen und wenn ich das jetzt hier öffne ja also dann steht hier eben auch ähm erstmal irgendwie so ein Header und hier unten stehen jetzt irgendwie im Binär Format eigentlich die Sachen die ausgerechnet hat und die ja weiß nicht das ist wieder irgendwie so ein proprietäres Format wo keiner so richtig weiß wie das funktioniert das kriege ich eben schwer in in Matlab gepasst ja und jetzt könnte ich eben mit irgendeinem ASCII Switch ihm sagen nee mach mal ähm also gib mal die Werte einfach als ASCII Datei raus so dass ich die einfach wieder einlesen kann und jetzt können wir noch in der Hilfe kurz gucken was dieses ähm Back Anno macht naja okay also das schreibt auch offensichtlich in diese RAW Datei irgendwie was rein so dass ich weiß also das schreibt glaube ich diesen Header da rein in diese RAW Datei ne so dass ich weiß welches Ergebnis Video irgendwo dazu ja so aber letztendlich ähm kann man diese Netzlisten eben auch extern erzeugen und dann einfach einen Solver diesen Solver aufrufen und sagen hier ist eine Netzliste ja ähm und also das ist in der Hinsicht natürlich auch super sinnvoll weil man ja manchmal so ähm ja Probleme hat wo ich also ähm ähm vielleicht habe ich die Schaltung gezeichnet ja ähm und habe daraus einmal auch mir praktisch von LTSpice eine Netzliste erzeugen lassen aber jetzt will ich Parameter erinnern in dieser Netzliste ich will vielleicht extern irgendwie so eine Optimierung machen ja was für ähm Induktivitäten und Kapazitäten oder so muss ich in einem Modell nehmen in irgendeinem Filter meinetwegen damit der diese und jene Filterkennlinie bekommt das Stopp Band und das Pass Band oder irgendwie diese und jene Grenzfrequenz ne und dann kann ich natürlich ähm in also in MATLAB irgendwie diese Werte anpassen dann lasse ich das in LTSpice simulieren und gucke ich ist es besser geworden ist es schlechter geworden wie muss ich diese Werte verändern um in diese und jene Richtung und kann ich natürlich in MATLAB ähm also gerade wenn ich viele Parameter habe die ich irgendwie ändere dann wird so Gradientenabstiegsverfahren wo was Einfaches wird nicht mehr so richtig gut funktionieren also kann ich mir irgendwelche anderen tollen Optimierungsverfahren ausdenken genetische Algorithmen KI Blockchain nein natürlich nicht ne aber ja also äh man kann man kann da schon ein möglichen äh sinnvollen und auch nicht sinnvollen Kram machen so sehr schön also einfaches Beispiel haben wir verstanden DC Operating Point so dann können wir mal zweites Beispiel machen äh ihr seid ja beide erstes Semester richtig ja naja gut also ähm können wir trotzdem machen also wir wir was ja immer schlau ist wenn man jetzt irgendwie sowas ausprobiert ist nicht allzu viel an so einem Modell ändern ja also wir haben wir haben jetzt das verstanden okay cool ähm dann ändern wir mal nicht allzu viel weil dann sehen wir also was wir ändern ist wir ändern mal diesen diesen Widerstand hier in den Kondensator und geben dem irgendeinen Wert und wir ändern mal die die Stromquelle in eine Spannungsquelle ja so und ich hab dir jetzt mal 10 Volt gegeben weil wir ja vorher hatten wir machen mal ich klicke mal hier drauf ne ich klicke äh mach das so hier oben mit dem äh das ist das falsche da kann man mit zielen mit dem kann man das rausnehmen also ich nehme das mal raus und lösche das mal einfach löschen geht mit entfernen und da kommt so eine Schere und dann ist es weg und stattdessen hole ich mir jetzt mal eine Spannungsquelle die heißt Voltage und klicke mir diese Spannungsquelle hier rein so und gebe ähm ja der Spannungsquelle die Spannung die wir vorher hatten nämlich 10 Volt das sollte ja eigentlich irgendwie passen ja so wenn ich jetzt wieder auf Run klicke dann sollte sich nichts geändert haben alle Werte genauso wie vorher jetzt ist aber schon spannend eine Sache ist jetzt passiert gegenüber vorher wer sieht den Unterschied genau die minus eins also der äh vorher stand da als Strom durch die Stromquelle 1 Ampere jetzt steht da als Strom durch die Spannungsquelle minus 1 Ampere warum naja die ja aber die also die Quelle ist in der Hinsicht gedreht dass der Spannungspfeil in die andere Richtung zeigt ja also vorher zeigte der Strompfeil nach oben jetzt zeigt der Spannungspfeil nach unten und jetzt nimmt also an den Widerständen hat sich nichts geändert Strom und Spannung an den Widerständen zeigt noch in die gleiche Richtung wie vorher aber das ist eben wieder sowas wo man aufpassen muss also wir haben ja bei uns in Grundlagen Elektrotechnik als Konvention wir sagen wir haben ein Erzeuger Zählfall System und am Erzeuger zeigen Strom und Spannung in unterschiedliche Richtungen ja und dann haben wir ein Verbraucher Zählpfeil System und das Verbraucher Zählpfeil System eben am Widerstand und so da zeigen Strom und Spannung in die gleiche Richtung und in LTSpice ist das auch so dass hier eben auch Strom und Spannung in die gleiche Richtung zeigen und es fließen eben praktisch naja minus 1 Ampere in diese Richtung weil eben immer noch genau wie vorher 1 Ampere in diese Richtung nach oben fließen wieder so ein kleines Detail was man eben wissen muss oder wo man darauf achten muss oder von dem man sich nicht verunsichern lassen darf wie ich sage deswegen in kleinen Schritten Sachen ändern so dass man das in jedem Zwischenschritt noch ganz gut nachvollziehen kann was da passiert so dann wollten wir also was wir vielleicht als nächstes mal machen könnten ist wir können jetzt aus der Quelle das ist jetzt immer noch eine Gleichspannungsquelle jetzt mache ich mal hier das weg klicke auf Advanced und mache daraus eine AC Quelle also stelle hier so eine AC Amplitude ein also DC für Direct Current Gleichstrom AC für Alternating Current für Strom Wechselspannung 10 Volt und jetzt hat er hier die 10 nicht weggelöscht hier oben steht immer noch ein DC Wert den mache ich mal weg so also jetzt steht da V1 AC 10 das ist jetzt eine Wechselspannungsquelle die 10 Volt vorgibt so jetzt bin ich mal gespannt wenn man jetzt auf Run klickt sollte eigentlich überhaupt gar nichts funktionieren genau ist alles null ja weil warum ist jetzt alles null die beiden Sachen passen einfach nicht zusammen also ich habe jetzt eine Wechselspannungsquelle und ich simuliere jetzt aber mit Versuchen Gleichstrom Gleichspannungsarbeitspunkt zu finden das geht einfach nicht also muss ich jetzt hier mal draufklicken so dass ich wieder in dieses Edit Simulation Command reinkomme und jetzt kann ich jetzt kann ich eine AC Analyse machen ich nehme auch jetzt meine andere Kamera ich glaube das ist ein bisschen besser so also machen wir mal eine AC Analyse und stellen eben ein also er möchte jetzt ganz unbedingt so ein Sweep machen er möchte schon verschiedene Frequenzen simulieren wir wollen aber vielleicht mal einfach nur eine Frequenz simulieren und jetzt kann man als Sweep einstellen Liste und eine Liste kann auch nur aus einer Frequenz bestehen und dann nehme ich jetzt mal 50 Hertz ich nehme mal die Spannung von unserer Netz Frequenz also die Frequenz von unserer Netz Spannung die Netz Frequenz genau 50 Hertz steht hier unten okay AC List 50 so und jetzt klicke ich mal wieder auf simulieren und jetzt kommt wieder was raus ja und jetzt können wir gucken okay 10 Volt 5 Volt 5 Volt klingt irgendwie logisch und 0,5 Ampere für den Strom klingt auch logisch was ist was ist jetzt der Unterschied was hat sich jetzt an der Anzeige geändert genau also jetzt gibt ja das Ergebnis aus wie eine komplexe Zahl mit Betrag und Phasenwinkel und aus den minus 1 die wir vorher da hatten ist jetzt eine 1 geworden mit 180 Grad oder minus 180 Grad Phasenverschiebung also weil der Betrag natürlich defizionsgemäß und auch positiv ist so weit so gut klingt aber erst mal bis dahin total logisch ja dass das so ist so jetzt können wir mal hier den nächsten Schritt machen also wieder entfernt hast dass die Schere entsteht wir nehmen jetzt diesen Widerstand weg und packen für diesen Widerstand hier einen Kondensator hin was ich bis heute an diesem Programm überhaupt gar nicht verstanden habe und auch nie verstehen werde und also verstehe überhaupt gar nicht warum sie den Kondensator kleiner gemacht haben als die Widerstand also das ist meines Erachtens wirklich die mit Abstand fragwürdigste Designentscheidung weil jedes Mal also muss man hier immer so ein Stückchen Draht neu zeichnen okay aber egal so jetzt haben wir so einen Kondensator jetzt können wir dem natürlich wieder einen Wert geben sagen 10 Mill und jetzt ist ja bevor man jetzt auf simulieren klickt ist jetzt so ein bisschen die Frage was passiert und das natürlich als Student im ersten Semester total schwierig zu beantworten aber man kann ja trotzdem so ein lucky guess so machen oder versuchen so genau also irgendwie was macht er mit Wechselstrom wir können ja erstmal uns überlegen also was machen wir hier vorn wir geben mit der Quelle hier vorn 10 Volt vor richtig so und was sollte jetzt an diesen Widerständen hier weiterhin passieren genau wir haben weiterhin Spannungsteiler und die Widerstände sind gleich groß also hier vorne sollten wir weiterhin 5 Volt 5 Volt haben die eben zusammen genau diese 10 Volt davon ergeben so und jetzt ist es ja hier hinten so dass das ja auch eine Reihenschaltung ist also der Strom durch den Widerstand und der Strom durch den Kondensator die müssen genau groß sein weil es ja eine Reihenschaltung ist so und was macht jetzt der Kondensator der genau lädt sich auf und entlädt sich ja und die Spannung an dem Kondensator ist proportional zu was also eine Kapazität wie ist eine Kapazität definiert genau C C C Q durch U also Spannung ist proportional zur Ladung also die Spannung hier ist proportional zur Ladung und wie hängt die Ladung mit dem Strom zusammen genau also ist das Zeitintegral ja so und daraus folgt jetzt im Prinzip das hier vorne ist ja sinusförmig ja und jetzt kann ich mir überlegen okay also irgendwie habe ich eine sinusförmige Spannung irgendwie habe ich auch einen Strom der dann auch irgendwie so sagen wir mal sinusförmig ist so und also die Spannung hier nehmen wir mal an dieser Strom der hier hinten fließt der wäre sinusförmig dann wäre die Spannung hier auch sinusförmig so und die Spannung hier unten wäre minus Kosinus weil wenn ich ein Sinus in die Regel komme minus Kosinus raus so minus Kosinus ist so hat so im Prinzip so eine 90 Grad oder minus 90 Grad Phasenverschiebung je nachdem wie man das jetzt so macht aber es gibt eine 90 Grad Phasenverschiebung in welche Richtung wollen wir jetzt nicht drüber streiten an Induktivitäten Ströme sich verspäten an Kapazitäten da eilt der Strom sozusagen vor an der Induktivität eilt der Strom nach also hier der Strom würde voreilen die Spannung würde nacheilen so auf jeden Fall lange Rede kurzer Sinn gibt es da 90 Grad Phasenwinkel also die Spannung hier oben und die Spannung hier als komplexe Zeiger haben die 90 Grad Phasenwinkel so und das sollten wir jetzt irgendwie sehen also klicken wir mal auf Run so und dann sehen wir also unsere Spannung hier oben ist immer noch 10 Volt so was was möchte der Meister uns hiermit sagen ne was ist das hier hinten 10 hoch minus 16 ist das Kunst kann das weg ja ja also das ist jetzt das ist jetzt eben einfach so wieder wo man wissen muss ja das ist jetzt so das numerische rauschen die numerische Ungenauigkeit der Simulation ja das ist eben eigentlich sollte da 0 stehen 0 Grad so wie wir es vorher hatten da steht jetzt aber nicht 0 sondern steht eben 0,0000 ziemlich viele Nullen und dann 1,159 irgendwas ja und das ist kann sein dass das jetzt irgendwie gerade sowas wie die Hälfte von Pi ist weiß ich nicht also das ist irgendwie so ein ja sowas wie eine sehr kleine Zahl die man gerade noch mit 32 oder 64 Bit oder sowas Gleitkommagenauigkeit darstellen kann so und das ist wieder sowas das muss ich eben jetzt wissen oder irgendwie scharf Schlussfolgern das ist nicht das richtige Ergebnis das ist einfach rauschen das ist einfach Quatsch was da jetzt rauskommt da sollte eine 0 stehen ja also wir haben hier das praktisch in einer Masterarbeit als ernsthaftes Ergebnis verkauft nochmal drüber nachdenken also das ist jetzt einfach rauschen so dann haben wir also das ist die Spannung hier oben die ist immer noch 10 Volt die Spannung hier am Knoten 2 ist immer noch 5 Volt genau wie wir gesagt haben ja so und die Spannung am Knoten 3 naja die macht jetzt eben irgendwas aber wir können gucken also durch die beiden Widerstände hier vorn fließt immer noch der gleiche Strom 0,5 Ampere und durch die beiden Widerstände da hinten fließt auch immer noch der gleiche Strom jetzt eben irgendwie viel mehr ja also klar in der Reinschaltung ist der Strom gleich so und jetzt kann man gucken also die ja die einzelnen Spannungen sehen wir jetzt natürlich nicht so richtig das müsste man die Differenz hier ausrechnen aber also diesen 90 Grad Phasenwinkel den würde man dann drin auch irgendwo sehen ja so belassen wir mal dabei oder was noch mal genau also hier zwischen genau also zwischen dem Strom genau zwischen dem Strom und der Spannung hier zwischen der Phasenunterschied das sind die 90 Grad ganz genau ja da sehen wir die 90 Grad so und jetzt genau also jetzt würden wir so sagen okay passt also das was wir vorher hatten ist noch 10 Volt wir haben noch die 5 Volt hier Strom Strom hier vorne passt der Strom hier hinten ist immerhin gleich und irgendwie sehen wir diese 90 Grad Phasenverschiebung wird schon stimmen stimmt auch in dem Fall so jetzt können wir wieder einen kleinen Schritt weiter gehen und können uns mal überlegen was passiert ich klicke mal hier drauf wenn wir jetzt nicht nur nämlich nicht auf den Note sondern hier was passiert wenn wir nicht nur eine Frequenz simulieren sondern viele Frequenzen ja ich gehe jetzt mal hier auf also was man machen kann ist einen linearen Sweep oder so und so viele Frequenzen pro Oktave Oktave ist wo sich die Frequenz um Faktor 8 ändert das kommt irgendwie so ein bisschen aus der Musik frage mich nicht warum ich bin kein Musiker und Dekade ist das was mir so irgendwie geläufig ist also Frequenz ändert sich um Faktor 10 so und jetzt ist so was wie 50 Frequenzen Frequenzschritte pro Dekade das ist ganz gut und ich nehme als Startfrequenz irgendwie zum Beispiel 10 Hertz ja das ist ja kleiner als die 50 und ich nehme als Stopfrequenz einen Kilohertz so also haben wir praktisch zwei Dekaden pro Dekade 50 Frequenzen also er sollte jetzt 100 Frequenzen simulieren so klicke ich mal auf ok und jetzt hat er das geändert jetzt klicke ich wieder auf simulieren so und jetzt wäre es natürlich nicht schlau so eine riesen Wertetabelle anzuzeigen wie wir vorher hatten mit irgendwie 100 Werten drin sondern es geht eben ein Fensterchen auf zum Plotten so und jetzt kann man ja mal so ein bisschen da scharf drauf schauen und kann sich überlegen also und jetzt jetzt passieren auch spannende Sachen hier unten ich kriege nämlich wenn ich jetzt auf irgendeinen Knoten drauf gehe kriege ich wie so einen Hasskopf von einem Osteoskop mit dem ich Spannung messen kann wenn ich auf Bauelemente draufgehe kriege ich wie so eine Stromzange mit dem ich eben Strom messen kann so wenn ich jetzt hier oben drauf klicke was sollte ich dann sehen die 10 Volt so klicken wir mal drauf so was sehen wir also wir sehen eine eine durchgezogene Linie das soll der Betrag sein und wir sehen eine gestrichelte Linie das soll der Phasenwinkel sein so die durchgezogene Linie ist bei ja was was soll was soll mir das hier sagen warum steht ja nicht 10 sondern 20 was heißt das db dahinter genau das sind Dezibel so und jetzt muss man okay Dezibel ist sowas wie für Spannung 20 mal der 10er Logarithmus von der Spannung bezogen auf ein Volt so wenn ich jetzt 10 Volt habe 10 Volt teile ich durch einen Volt bleibt 10 über der 10er Logarithmus von 10 ne es ist ist 1 ja weil ich muss 10 hoch 1 rechnen um auf 10 zu kommen so also 1 und 1 mal 20 ist 20 so also das stimmt mit den 20 db ähm hilft uns jetzt so in Grundlagen Elektrotechnik nicht so wahnsinnig viel weiter deswegen kann man mit der anderen Maus das hier draufklicken und kann sagen ja ich will das gar nicht logarithmisch haben äh gar nicht Dezibel haben mach mir das mal linear oder mach mir das mal logarithmisch ich mach das mal logarithmisch so ja äh und dann sagt er das geht jetzt irgendwie nicht okay okay äh dann mach ich das vielleicht mal linear so na warum ist warum geht das nicht wenn wir mal downclothe magnitude was soll gehen ähm also er kommt jetzt irgendwie nicht klar mit den Tickmarks hier ne ähm ähm weil das weil das vorher eben so eng beieinander ist logarithmisch also ich will das jetzt mal haben von 1 bis 100 dann müssen ja die 10 in der Mitte sein so ja okay also da habe ich jetzt meine 10 Volt so was ist jetzt hier mit diesem Phasenwinkel warum sieht das so ähm zappelig aus die Linie was sollte wie groß sollte der Phasenwinkel sein 0 so und was will mir das Programm hier hinten mit dem sagen es ist es ist im Prinzip 0 das sind jetzt irgendwelche 0, irgendwas Femto Grad so und Femto ist wieder 10 hoch minus 15 das ist das gleiche was wir vorhin in der Wertetabelle gesehen haben ja und das ist wieder so naja ähm Programm rechnet schon richtig ist jetzt so ein bisschen Bullshit out ja ich muss jetzt erkennen das ist ja alles irgendwie das sieht mir auch arg nach Rauschen aus das ist auch nicht das was ich hier so erwarten würde ja so okay aber passt so wenn ich jetzt mal hier auf die Spannung klicke was wollen wir da erwarten 5 Volt passt auch ja also liegt hier drunter vielleicht mache ich jetzt mal hier doch eine lineare Skalierung also sehen wir 10 Volt 5 Volt so und wenn ich jetzt die Spannung hier hinten plotte ähm wie sollte die sich über der Frequenz verhalten also ich gebe ich gebe ja hier oben eine feste Spannung drauf so wenn ich wenn ich jetzt die Frequenz erhöhe was was passiert denn bei diesem Aufladen Entladen und so von dem Kondensator ja also dann ich desto desto höher die Frequenz desto schneller schwankt ja meine Spannung ja desto schneller kann ich ja den Kondensator laden und entladen laden und entladen so und das heißt also das geht einfacher und damit sollte mehr Strom fließen und wenn mehr Strom fließt sollte mehr Spannung über den Widerstand abfallen und weniger Spannung über dem Kondensator also die Spannung an dem Kondensator sollte kleiner werden über der Frequenz so können wir mal ausprobieren also sieht man auch ja die wird kleiner über der Frequenz und hier sieht man jetzt auch diesen 90 Grad Phasenwinkel so und wenn ich jetzt mal zu noch kleineren Frequenzen gehe also ich fange mal vielleicht schon bei einem Herz an da klicken wir auf OK nochmal neu simulieren so dann sieht man also bei ganz kleinen Frequenzen funktioniert es noch nicht mit dem Kondensator ja da kann da kein Strom durchfließen da habe ich ganz viel Spannung über dem Kondensator weil ganz wenig Strom fließt ganz wenig Spannung dementsprechend über den Widerstand abfällt und eben ganz viel Spannung über dem Kondensator gehe ich mal noch eins kleiner mache ich mal ab 0,1 Hertz oder eben 100 Millihertz ja dann sieht man also am Anfang habe ich mal nicht wirklich die volle 10 Volt über dem Kondensator und dann wird das immer kleiner und geht praktisch gegen 0 und der Phasenwinkel von dieser Spannung am Anfang ist der mal bei 0 Grad und dann geht der sozusagen gegen minus 90 Grad ja im Prinzip so genau wie man das ja machen will und jetzt ist auf einmal auch diese Linie vorher ist eben eine Gerade die jetzt von der Quelle die vorher da so zappelig aussah weil jetzt auf einmal die Skalierung hier viel besser ist von dieser X so also so schön so gut jetzt kann man noch ein nettes Feature machen hier in diesem Plot und zwar man kann wenn man jetzt mal hier oben drauf klickt bei Plot Settings also kann man alle möglichen Sachen einstellen und man kann auch noch Sachen hinzufügen so und die Sachen die man hinzufügen kann mit denen kann man auch rechnen also man kann jetzt hier mathematische Ausdrücke eingeben und was ich gerne mal plotten wollen würde ist und da kann ich auch gleich noch eine kleine Skizze zu machen und ich meine man nie verstanden hat man auch schon ziemlich viel vom zweiten Semester und so verstanden kann ich das hier so runterziehen ja ist erstmal hier drüben so also ich würde gern mal diese Spannung hier haben also die Spannung praktisch von der Brücke ja so wie kriege ich die raus genau also die Brückenspannung kriege ich raus aus U Knoten 2 minus U Knoten 3 so und das kann ich jetzt gleich hier oben eintippen und machen so bevor ich das mache ähm ist es ja auch immer noch mal schlau sich zu überlegen was sollte da eigentlich bei rauskommen ja ja so und das ist also da da steckt jetzt schon mal viel wahres dran ähm trotzdem glaube ich verlässt einer relativ schnell die Intuition so also das was ich jetzt mal zeichne ist ich nehme mal auch schwarz ich mache jetzt mal so ein Zeigerbild wie gesagt das machen wir eigentlich erst so richtig im zweiten Semester so ähm und ich zeichne jetzt mal also in schwarz ein das ist unsere Quellspannung ist jetzt nicht schön gerade geworden ich zeichne mal nochmal so also das ist Quellspannung das ist UQ schreibe ich mal dran ähm UQ oder das sind 10 Volt ja so jetzt gucken wir mal was hier vorn passiert also ich mache mal hier dran das ist der schwarze Strich jetzt kann ich mal hier irgendwie so verschiedenste Farben nutzen jetzt nehme ich mal rot so diese Spannung hier ist wie groß 5 Volt so und die zeigt jetzt in die gleiche Richtung also hier kann ich jetzt mache ich mir noch ein Pfeil ja also 5 Volt parallel dazu 5 Volt in die gleiche Richtung so das ist diese Spannung jetzt nehme ich eine weitere Farbe nehme ich mal gelb sieht man nicht nehme ich mal hier irgendwie lila und noch nochmal 5 Volt dazu müssen natürlich wieder die 10 Volt ergeben und das ist jetzt genau die Spannung über diesen Widerstand hier so also die beiden Spannungen zusammen laut Maschensatz müssen genauso groß sein wie die Quellspannung und weil das beides einfach Widerstände sind sind die alle parallel keine Phasenverschiegelung kein nichts so und jetzt haben wir gesagt ähm hier hinten also diese Spannung über dem Widerstand wo nehme ich mal irgendwie so ein dunkles diese Spannung hier die müssen 90 Grad Winkel zueinander stehen ja und zwar so dass hier an Kapazitäten Spannungen sich verspäten die Spannung eilt nach ja der Strom eilt vor und damit auch die Spannung an dem Widerstand eilt vor und die Spannung an dem Kondensator die kommt später so also das heißt die beiden Pfeile jetzt wenn ich die hier drüben gleich einzeichne die müssen senkrecht aufeinander stehen ähm so und die beiden Pfeile zusammen müssen wieder was ergeben 10 Volt so und jetzt kann ich das mal so zeichnen dass ich eben sage also ich habe mal hier ähm helle Farbe ja also wenn die mal beide gleich lang sind dann müsste ich das jetzt ungefähr so zeichnen und so zeichnen dann sind die in einem 90 Grad Winkel zueinander und ergeben eben die Gesamtspannung 10 Volt ja und die Spannung eilt nach weil die Spannung ist ja schon sagen wir mal irgendwie um 13.30 die Spannung ist erst um 16.30 dran ja so und wenn ich das jetzt mal noch mit einem anderen Beispiel mache ähm also dass wenig Spannung über den Widerstand abfällt dann würde das zum Beispiel so aussehen wenig Spannung über den Widerstand und viel Spannung über dem Kondensator auch dann stehen die senkrechte aufeinander und ergeben auch zusammen die Spannung und jetzt kann ich noch so ein Beispiel einzeichnen und sagen jetzt mal mit viel Spannung über den Widerstand viel Spannung über den Widerstand und wenig Spannung über dem Kondensator dann müsste das Ganze so aussehen und dann ergeben die auch zusammen 10 Volt so und wenn ich jetzt mal diese ganzen Eckpunkte miteinander verbinde was würde dann für eine für ein geometrisches Konstrukt rauskommen so also wenn ich wenn ich das jetzt noch ganz oft zeichne diese also nochmal mit ganz kleinem Spannung über den Widerstand und viel Spannung über den Kondensator oder sehr viel Spannung über den Widerstand ein Halbkreis genau und das ist nämlich der sogenannte totales Kreis den kriege ich jetzt auch wahrscheinlich den muss ich hier so von Hand zeichnen so also wenn ich jetzt das mache dann kommt da ein Halbkreis raus und das ist genau der Thales Kreis und der Satz des Thales sagt alle Winkel unter so einem Halbkreis sind rechte Winkel ja so dass das immer hier ist ein rechter Winkel 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 so also das ist Zeigerbild technisch was hier passiert jetzt ist die Frage die letzte Preisfrage die uns hier noch fehlt wie und wo finde ich jetzt in diesem Zeigerbild hier drüben meine Brückenspannung wieder also wenn ich das mal beschrifte dann ist das hier unten wäre der Masseknoten das wäre die 0 ja das wäre die 1 richtig genau ja hier wäre der Knoten 2 weil das ja ähm der rote Pfeil verbindet 1 und 2 der linie Pfeil verbindet 2 und 2 und 0 hier unten ist ja die 0 ist nicht beschriftigt hier ist meine Masse ja und hier drüben wäre eben überall für die verschiedenen Fälle die 3 so und das heißt der die Brückenspannung ist ein Pfeil ein Zeiger der so in diese Richtung zeigt da lang oder da lang oder hier lang oder eben irgendwie auf diesen Halbkreis so und das heißt für unsere Brückenspannung wie groß ist die genau also die ist vom Betrag her so groß wie der Radius des Halbkreises nämlich Hälfte der Quellspannung 5 Volt ja und der Phasenwinkel ändert sich eben im Prinzip von jetzt muss ich wieder so zeichnen der Phasenwinkel ändert sich eben von 0 bis 180 Grad und zwar die 0 habe ich wenn die Spannung über dem Kondensator ganz klein ist also bei hohen Frequenzen und die 180 Grad habe ich wenn die Spannung über dem Widerstand ganz klein ist und die Spannung über dem Kondensator ganz groß das habe ich im Prinzip bei tiefen Frequenzen also ich sollte über der Frequenz mit 180 Grad Phasenwinkel starten und dann sollte der Phasenwinkel auf 0 runtergehen ja so jetzt mache ich das mal weg irgendwer springt über uns Trampolin so und lösche jetzt mal hier oben so ein paar Linien aus diesem Diagramm also mach die mal alle weg sodass das jetzt leer ist gehe auf Escape und mache mal Add Trace und rechne jetzt genau das aus was hier steht also die Brückenspannung ist U2 minus U3 oder hier in der IT-Spice-Nimulation eben V2 minus V3 so und kann ich einfach anklicken minus dazwischen oder das abtippen okay so und dann kommt eben raus ja der die Spannung ist 5 Volt also genau die Hälfte und der Phasenwinkel geht sieht man von minus 180 Grad bei tiefen Frequenzen zu 0 Grad bei hohen Frequenzen genauso wie wir uns das gerade überlegt haben hier in der Skizze so und das ist auch ein ein wunderschönes Ergebnis was da jetzt bei rausgekommen ist so und jetzt kann man an der Stelle eben sagen ja gut ich kann mir das so anzeigen so mit Betrag und Phasenwinkel jetzt gäbe es noch ein paar andere Sachen ich kann hier auch als Repräsentation als Darstellungsform nicht so also das hier würde sich jetzt ein Bode Diagramm nennen ich kann das auch kartesisch machen das wäre aber im Prinzip jetzt sehr ähnlich ich nehme mal dieses Nyquist und Nyquist ist was was wir im zweiten Semester als Ortskurve bezeichnen also ich klicke mal einfach drauf und dann sieht man jetzt kommt im Prinzip hier genau dieser Halbkreis raus den wir da unten gezeichnet haben ja und ich könnte jetzt auch so Marker drauf packen jetzt sieht man hier so eine gestrichelte Linie also der Halbkreis ist natürlich nicht genau ein Halbkreis weil ich nicht die Skalierung habe weil die Achse ja hier viel länger skaliert ist als die deswegen ist das jetzt eher so eine Ellipse so aber wenn ich jetzt bei dem Marker gucke hier unten ich packe mal das Feld hier ein bisschen weiter in die Mitte also dann sehe ich hier starte ich mit den kleinen Frequenzen hier bin ich irgendwie im Milliherzbereich und dann gehe ich eben so hier hoch und dann wird die Frequenz immer höher und immer höher und hier hätte ich jetzt ja genau diesen obersten Punkt ja und das ist der oberste Punkt ist eben der wo die Spannung über den Widerstand genauso groß ist wie die Spannung über den Kondensator wo der Phasenwinkel auch genau 90 Grad dann ist ja und dann kann ich da eben so weitergehen und so also mit diesen Cursor zum Beispiel kann man auch sehr nützliche Sachen machen jetzt in diesem Diagramm ok sehr schön dann mache ich mal hiervon kurz ein Screenshot so und gehe mal zurück zu meinen Folien und mache das mal weg so jetzt können wir zum vorletzten Beispiel kommen wie kriege ich das weg hier alles löschen so also jetzt machen wir mal daraus wirklich eine transiente Analyse wir simulieren wirklich im Zeitbereich und wir packen da mal noch so einen Brückenwiderstand da hinzu ja so wir können ja erstmal gleich auf die transiente Analyse umstellen und dann machen wir das mal mit dem Brückenwiderstand so und also bevor wir das machen nehmen wir uns vielleicht mal eine Frequenz raus die irgendwie charakteristisch ist also zum Beispiel die hier wo wir so diese 90 Grad Phasenwinkel haben und zwar sind das 1,59 irgendwas Herz ja also wenn ich die nehme dann sollte ja die Spannung hier und die Spannung hier genau gleich groß sein und dann sollten da genau diese 90 Grad rauskommen für diese Spannung also nehme ich hier mal mal kopieren so und jetzt müssen wir ein bisschen was umändern und zwar mache ich mal das Plotfensterchen zu mache mal das hier wieder ein bisschen größer und klicke auf die Quelle drauf mache jetzt mal das AC hier weg und jetzt nehmen wir hier diese Functions das finde ich auch so ein bisschen unglücklich an der Oberfläche eigentlich müsste jetzt Transient Functions stehen oder Time Functions oder was weil das sind jetzt Zeitfunktionen so und die soll jetzt auch wieder sinusförmig sein also stellen wir ein sinusförmig 10 Volt Amplitude und eben diese 1,5 irgendwas die wir hatten Hertz ja als Frequenz so keine Zeitverschiebung kein Nix einfach so okay so dann zeigt er das irgendwie an ich schiebe das mal ein bisschen weg dass das auch ein bisschen schöner zu sehen ist hier drüben irgendwo hin also das ist jetzt unsere sinusförmige Spannung und mit dieser sinusförmigen Spannung wollen wir jetzt im Zeitbereich simulieren so und dafür muss ich mal wieder hier drauf gehen jetzt wollen wir eben keine AC Analyzes mehr machen sondern wir wollen transient simulieren und jetzt muss man sich überlegen naja wie lange simuliere ich denn jetzt sinnvollerweise genau die Frequenz ist gleich die Frequenz von der Quelle haben wir jetzt hier festgetackert ein paar Perioden würden ausreichen also wenn wir zehn Perioden zum Beispiel simulieren wäre das oder fünf oder so also zehn ist vielleicht ganz cool aber wir können auch fünf machen wir können auch sechs machen irgend sowas in dem Dreh so also ich würde gerne sechs Perioden haben so jetzt kann man auch so ein bisschen trickreich hier vorgehen und sagen okay wenn ich sechs durch die Frequenz rechne eins durch die Frequenz ist die Periode dauert das mal sechs so wenn ich das jetzt so mache meckert LTSpice und sagt ey das ist aber keine Zahl hier kann ich nichts mit anfangen wichtig haben so jetzt kann man einen LTSpice austricksen und sagen nee rechne das mal erstmal aus und das rechne das erstmal aus machen mit geschweiften Klammern ringsrum ja so also Stop Time ist das so jetzt rechnet er transient bis dahin jetzt klicke ich mal auf Simulieren so passiert schon mal was irgendwie ganz gut ja er hat auch hier irgendwie eine gewisse Zeit simuliert so und jetzt kann ich ja zum Beispiel mal wieder auf die Spannung hier oben klicken was würde ich erwarten 10 Volt und sechs Perioden und eine Sinusfunktion keine Phasenverschiebung so klicken wir mal drauf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perioden 10 Volt Amplitude keine Phasenverschiebung alles supi so wenn ich jetzt wieder hier auf Add halt erstmal auf das Plottings gehen und dann Add Trace und jetzt mache ich wieder meine Brückenspannung V2 minus V3 so was würde ich erwarten genau also 5 Volt Amplitude und 90 Grad Phasenverschiebung und sozusagen 90 Grad Phasenverschiebung eine Plus nach nee im Prinzip voreilend ja so also gucken wir uns mal an ist auch 90 Grad voreilend ja also hier ist das Maximum ist ja 90 Grad früher als hier und 5 Volt Amplitude passt erschreckend gut ja passt passt super genau zu dem was wir vorher gemacht haben und das ist das was ich immer meine in kleinen Schritten vorgehen und sich immer überlegen kann das sein weil jeden Fehler den man jetzt machen würde der würde im Prinzip sofort auffallen ja da würde man sagen nee passt jetzt nicht zu meiner Intuition so ähm dann können wir den nächsten kleinen Schritt machen ich gehe wieder zurück in die Schaltung und baue jetzt hier einen Brückenwiderstand rein so was macht jetzt dieser Brückenwiderstand ja genau der sieht irgendwie diese 5 Volt und wird da irgendwas mit machen und auf jeden Fall macht er jetzt die Schaltung kaputt also das was wir vorher hätten machen können noch mit Stromteilerregel und Spannungsteilerregel und so das geht jetzt alles nicht mehr weil die sind nicht mehr in Reihe die sind nicht mehr in Reihe die sind nicht mehr parallel das funktioniert alles nicht mehr haben wir auch mal irgendwie in GT besprochen so jetzt kann ich ja aber sagen okay wenn ich jetzt diesen Widerstand so wie in meinem Beispiel hier in meinen Folien der soll mal also die anderen sind 10 Ohm den mache ich jetzt 10 Kilo Ohm groß so tippe ich mal ein 10 K ja was sollte jetzt passieren genau also der wenn der Widerstand so groß ist fließt er so so wenig Strom drüber dass der die Schaltung eigentlich nicht beeinflussen sollte ja also die Ergebnisse sollten sich minimal ändern so jetzt können wir mal irgendwie auf simulieren klicken und stellen wir fest okay sieht aus wie vorher ja hat sich hat sich wirklich minimal geändert also natürlich wenn ich jetzt gucke ne da fließt natürlich schon Strom durch diesen Widerstand und der Strom äh das ist jetzt auch wieder so eine Sache warum ja warum ist der Strom jetzt warum zeigt der Strom in die andere Richtung oder also warum ist der Strom nicht nicht phasensynchron zur Spannung ne also wenn man jetzt ganz genau hinguckt sieht man dass der Strompfeil hier von der Stromzange zeigt nach links ja und die Spannung die wir eingezeichnet haben ist eine Spannung die nach rechts zeigt so und das ist auch wieder sowas na gut jetzt wie kriege ich das Dilemma gelöst ich nehme hier oben das Tool schneide den Widerstand einmal raus dreh den mit STRG R2 mal 90 Grad 180 Grad gedreht pack den wieder rein jetzt sieht der Widerstand genauso aus wie vorher ja aber jetzt zeigt auf einmal die Stromzange in die andere Richtung und wenn ich jetzt auf simulieren klicke ja okay okay alles gut jetzt ist der Strom Phasensynchron zur Spannung so wie das so sein sollte aber man sieht nur der Strom sind ja auch nicht im Mikroampere das ist jetzt nicht nicht viel in dem Vergleich zu den Ampere 0,5 Ampere und so die wir da vorher hatten so also nehme ich den Strom mal wieder raus ja und also transiente Simulationen funktionieren jetzt könnte man natürlich wieder an der Frequenz drehen oder an dem Kondensatorwert drehen und dann würde man also diese Phasenverschiebung einstellen aber an der Amplitude würde sich nichts ändern so ich meine das würde ich jetzt mit ein bisschen Geduld und Spucke würde man das jetzt auch noch gerade so von Hand vielleicht ausgerechnet bekommen ja weil da kann ich jetzt Knotenspannungsanalyse irgendwie nehmen ja kriegt man schon noch hin so dann kommen wir zum letzten Beispiel und das letzte Beispiel ist jetzt machen wir mal das bloß mit einem nicht linearen Bauelement mit einer Diode ja so und also ich baue die ich trenne den Widerstand hier raus und füge anstatt des Widerstands eine Diode ein in diese Richtung jetzt habe ich schon irgendwie aus versehen hier geklickt also mal weg Diode Steuerung R Steuerung R Steuerung R so Diode in diese Richtung die Diode ist auch kleiner weiß auch keiner warum immer ein bisschen Rad dran zeichnen so jetzt haben wir so eine Diode so was und so wie mein Beispiel Diode in diese Richtung so was sollte jetzt die Diode machen wenn ich jetzt auf simulieren klicke wie sollte das aussehen genau also die Diode leitet nur nach rechts ja nach in die also nicht so wie die Hand jetzt zeigt genau in die andere Richtung vom Knoten 2 zum Knoten 3 kann ein Strom fließen und dann begrenzt die Diode die Spannung eben auf ihre Flussspannung 0,7 Volt was auch immer das für eine Diode ist so okay und in die andere Richtung passiert nichts in die andere Richtung sperrt die Diode also wenn ich das jetzt erneut simuliere sollte eigentlich aus diesem Verlauf hier oben das so werden dass immer die positiven Spannungshalbwellen die werden abgeschnitten ja weil dann die Diode leitet und die Spannung eben auf ihre Flussspannung begrenzt auf die 0,7 Volt und das Negative sollte sollte im Prinzip genau wie vorher durchgehen also so dann wieder abgeschnitten und dann wieder so und so weiter und so fort ja und eben das mit diesen 90 Grad Phasen Verschiebung und so das sollte erstmal im Prinzip so bleiben daran ändert die Diode ja nichts so also kann ich mal auf Simulieren klicken und siehe da das kommt auch ziemlich genau so raus ja so und das ist so das was ich meine also wenn man jetzt direkt mit diesem Beispiel angefangen hätte und hätte sich das zusammengebaut und praktisch mit einer beliebigen Schaltung kommt ein beliebiges Ergebnis raus weiß kein Mensch ob das richtig oder falsch ist ja wenn ich so Schritt für Schritt für Schritt vorgehe mir immer bei jedem Schritt überlege kann das sein ja kann es nicht sein warum nicht vielleicht was muss ich irgendwie ändern damit es passt so ich meine also auch wenn ich auch wenn es total schwierig ist jetzt diese Schaltung von Hand zu simulieren ja und das auch eigentlich jetzt auf Anhieb ziemlich schwierig nachvollziehbar ist ob das richtig ist oder falsch was da rauskommt wäre ich mir jetzt trotzdem einfach aufgrund dessen was wir vorher gemacht haben ziemlich ziemlich sicher dass das das richtige Ergebnis ist was hier rausgekommen ist ja einfach weil das sehr 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 wahrscheinlich ist dass das jetzt stimmt in dem Fall so und ja also das ist jetzt so ein Beispiel von Handrechnen total schwierig in LTSpice wo man weiß wie es geht ziemlich einfach ja und da ist also dafür ist dieses Tool eben super 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 mächtig jetzt könnte man damit natürlich wieder alle möglichen Parameterstudien machen ne was passiert wenn ich den Wirkstall ändere was passiert wenn ich die Frequenz ändere was passiert wenn ich die Amtintude ändere was passiert wenn ich den Kondensator ändere irgendwie sowas ja und also da werden auch witzige Sachen passieren also wenn ich jetzt keine Ahnung ich probiere mal aus ich mache mal die Spannung 10 Kilo Volt groß ja ähm boah funktioniert immer noch ja ähm also aber wenn man jetzt zum Beispiel 10 Millivolt raus macht ja wenn wir mal feststellen oh funktioniert nicht mehr warum nicht weil die Diode einfach nicht durchbricht ne Spannung ist jetzt viel zu klein als das an der Diode was passiert aber also es kann sein dass wenn man jetzt hier ähm irgendwie 10 Megavolt raus macht mal gucken was jetzt passiert das ist natürlich auch nicht so wahnsinnig realistisch aber rechnet doch immer noch also je nachdem was da für ein Diodenmodell hinter ist kann natürlich auch mal schnell passieren dass das irgendwie explodiert oder sagt mir geht jetzt nicht weil deine Diode ist längst verdampft oder sowas ähm ja so da muss man einfach immer so ein bisschen aufpassen was da so passiert aber äh das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus so und deshalb also kurze Zusammenfassung und ich mache hier nochmal meine äh Zeichnung weg also es eine sehr 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 schlaue Idee mit einfachen Modellen zu starten die man irgendwie nachvollziehen kann ja dann immer zu verstehen was man da macht und das immer schrittweise schrittweise äh zu verändern und zu ergänzen jedes Mal so ein bisschen die Ergebnisse zu unterfragen und zu versuchen das nochmal mit anderen Rechnungen analytischen Formeln anderen Simulationswerkzeugen oder Messungen oder sowas zu vergleichen um sich ähm einigermaßen sicher zu sein dass man da das Richtige ausrechnet und wenn das dann passt dann wird das in den angermeisten Fällen schon stimmen ja aber so ich glaube der größte Fehler den man machen kann ist eben zu sagen ich fange mit dem beliebig kompliziertesten Modell an was 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 da jetzt irgendwie so ähm mir in die Quere gekommen ist um das da reinzuwerfen ähm ja und dann kommt aber irgendwas bei raus und dann weiß aber kein Mensch ob das jetzt richtig ist oder falsch oder wie man irgendwie damit umgehen soll ja und dann wenn man das wissen will dann fängt man nämlich im Prinzip genau an diese Schritte zu machen die man mal eigentlich eher vorher hätte machen sollen mal von einem einfachen Modell anzufangen was man nachvollziehen kann und das sukzessive in Richtung dieses komplizierten Modells zu treiben was man eigentlich mal verstehen möchte und verstehen will